So und damit willkommen zurück zu Gas Station Simulator. Wir weisen mal kurz unsere Leute ein. Aufgabenliste, du gehst an die Kasse. Kollege, du Aufgabenliste, du betankst die Autos. Du Aufgabenliste, du reinigst die Tankstelle. So. Jetzt aber schnell. Mal hier. Die Lieferung. Ach Gott. Blöder Lieferwagen. Wir haben doch Sachen bestellt. So. Auf, auf. Rein. Die putzt erst hier. Wollt ihr mich verarschen? Mein Onkel hat mir als Aufgabe gegeben, ich soll hier jede Menge Kofferraumräume knacken. Oh nein. Und dafür habe ich nur noch eine Minute Zeit. Wir müssen jetzt hier offen lassen. Ich muss Kofferräume. Knacken bis zum geht nicht mehr. So. Ich, Meister. Oh, scheiße. Mist. Oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein! Nicht wegfahren! Mist! Kann nicht geöffnet werden, Scheiße! Polizei! Meister! Komm, Einsteiger! Irgendwas leichtes! Ich glaube ich kriege Ärger mit meinem Onkel Ich habe zu wenig Kofferräume geknackt Der wird mich anrufen Okay Dann Dann soll es so sein Ich werde getötet Ich bin mir ganz sicher Da ist ein Kunde in der Werkstatt Moment! Der eine der gerade tanken tot Wo ist er denn da? Riccardo! Kannst du mal kurz die Werkstatt übernehmen? Aufgabenliste Autos reparieren Geh mal da rüber Schalotte Aufgabenliste Du Ähm Ne, du machst das schon ganz gut Weiter Ja Kann ich dich bezahlen Zurück 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 Wir kehren mal ein bisschen So Kurz gekehrt Kurz gekehrt So Jetzt gehen wir Raus Gott sei Dank ist sie aus der Lagerhalle raus Kannst du mal in der Tankstelle putzen? Danke Autos abkassieren beim tanken Machen wir sofort Machen wir sofort So Hat mir die neuen Regale aufgefüllt? Gut natürlich nicht So Alles, alles, alles Hat mir Eis gekauft Keine Produkte Auch nichts mehr Autopflege So Zigaretten Hat mir hier noch Snacks Softdrinks So Ricardo Bezahlung Also Bei dem Kann ich Ganz normal Bezahlen Bezahlung Bezahlung Ich glaube es wird einfach nur nicht aktualisiert bei mir Bezahlung Super Super So Dann Ja Ja Gott wir versuchen uns nochmal Am Kofferraum knacken Ein Bier Schild Ein Bier Schild Ja Hier gibt es nichts wo man rein knacken kann Dieses kleine Mini Auto Dieses kleine Mini Auto Achso das hat einen Kofferraum vorne gehabt Fräulein schauen sie nicht so sehr zu ihrem Auto zurück So Hier das nächste Fahrzeug Hier das nächste Fahrzeug Erfolg Polizei Oh Meister Erlassen das mal lieber Ja Lieber noch ein paar Autos Mit tanken hier So Auch nochmal Jawoll Wie sieht es in der Werkstatt aus mit Material Ah Ricardo hat gerade gearbeitet Ok Reifen sind noch ein paar da Ach Ricardo fängt gerade an Alles klar Ein Kunde in der Werkstatt Das passt Ich Feg mal kurz hier ein bisschen durch Also wir haben Ricardo Charlotte Und Ich weiß nicht wie sie heißt Irgendwas mit M Marmelade Ich weiß es nicht So Da können wir ja fast Stalin vom Onkel schon wieder zurück zahlen Hier ist alles gut Da 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 Oder nochmal nachbestellen Schalotte Bezahlung Oh jetzt hat es geklappt Zurück Aufgabenliste Du legst mal eine Pause ein Was wollen sie 4 Artikel Das schaffe ich gerade so Bitte sehr Ok also bei Snacks ist echt Platz Also Snacks können wir nachbestellen Zigaretten Ja Snacks und Zigaretten Moment mal ins Eisfach gucken Eis auch Snacks, Zigaretten, Eis Lieferung Lieferung Produkte Snacks Zack, 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 zack Zigaretten So Und Eis Nehmen wir das Nehmen wir das Ich kann ruhig noch ein bisschen warten Tanken kurz hier Lachen Das wird's tun Das wird's tun Das wird's tun So Gucken wir mal Ist sie erholt Charlotte Aufgabenliste Du gehst mal an die Kasse So, hier tanken wir nochmal. So, Lieferwagen kommt auch gleich. Dann würde ich sagen, Riccardo, ihr seid euch am Erholen. Bezahlung, Klos, Bezahlung, auch schließen. Ja, ich mache ja schon auf. So, auf die Tür. Rein da. Rein da. Hätte ich dir auch gesagt. So, jetzt aber raus mit dir. Und so, Tür zu. Riccardo, du gehst mal Autos reparieren und du gehst mal Autos betanken. Da dürfte jetzt niemand hier hinten anfangen mit putzen. Oh Gott, der Partybus kommt. Okay. Leute, macht euch auch was. Weg mit dir. So. Der Pferd gerade wieder. Gott, die Verrückten kommen. Die Verrückten kommen. Schnell. Schnell. Tanken. Leute. Macht langsam. Wir müssen kurz Kraftstoff kaufen. So. Die Verrückten sind da. Hier haben wir nichts gekauft. Hatten wir hier was? Alles rein. Alles rein. Alles rein. Alles rein. Alles rein. Keine Produkte. Eis hatten wir gekauft. Rein. 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 Snacks. Alles. Rein. Rein. Wir hatten doch noch irgendwo ein Snackregal. Hier hinten. So. Hatten wir Alkohol? Nein. Party. Müllsäcke. Hier. Hier. Ein bisschen Müll sammeln. Die Verrückten tanzen immer noch. Yay. Mitteln. Aufgabenliste. Du. Reinigst. Damm 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 Diezle Damm. Ich habe noch knapp anderthalb Minuten, um meinen Onkel das Darlehen zurückzuzahlen. Ich werde verrückt. Das wird nicht reichen. Komm Leute, kauft, kauft, kauft. Wir müssen ganz viel Sprit... Oh scheiße. Wir haben ganz vergessen, wir hatten ja Sprit bestellt und noch nicht eingelassen. So... Schnell... Tanken... Kommt, 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 wir brauchen Geld. Ich muss dickes Geld schnell... Mit der Werkstatt verdienen, verdammt. Oh oh, wir werden platt gemacht. Ich sehe es kommen, 10 Sekunden noch. 5, 4, 3... Oh oh. Mein Onkel wird anrufen. Der geht. Oh oh. Au au. Jetzt kriege ich Ärger. Oh scheiße. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ja, scheiße. Das habe ich wohl verdient. Ich habe schon wieder den Bug. Ich habe schon wieder den Bug. Oh Gott. Die Folge ist eh gerade vorbei. Dann... Ende für diese Folge. Tschüss. Ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.